Okay, kommt ein Countdown vorher beim Aufnehmen. Naja, herzlich willkommen bei Let's Play Sniper Elite mit Daniel und meine Wenigkeit bei Kloster Abrunza. Jaja, Abrunzen kannst du... Abrunza steht da, klickst fast wie Abruzil. Tja, und noch mal schon eine Aufnahme. Hallo, herzlich willkommen bei Let's Play Sniper Elite 4 mit der Let's Play Sniper Elite 4 mit der Let's Play Sniper Elite. Meine Wenigkeit. So, möchtest du deine... Möchtest du deine Bewaffnung ändern? Ich hab ein Déjà-vu, das hab ich vorhin noch zusammengeschnitten, wo du mich das gefragt hast. Kann ich immer noch nicht, weil ich immer noch keine Waffen hab. Warum hast du keine Waffen? Guck hier, ich krieg... ach ja, guck hier, ist gut, ey. Guck hier. Dann hab ich zwar Waffen... oh, ich hab da Waffen, ey. Ja. Aber die ist nicht besser. Möchtest du diesen Gegenstand wirklich... ach, man muss sie kaufen auch noch, ey. Naja, aber... Äh, wenn ich mich nicht höre... Ja, vom Schaden her sind die... Ach, das ist ja so eine Ingame-Währung-Scheiße, wotwiss ich. Jaja, das mein ich ja mit Kaufen, ja. Aber die ist nicht besser, die Sniper. Hm. Aber die Stabilität, ey. Schussfolge ist höher, okay, das ist aber... Na, jetzt weiß ich nicht, was ich kaufen soll. Warte mal, Geschwindigkeit. Rückstoßdämpfung brauche ich nicht, ich will meine eigene Rückstoßdämpfung. Schaden geht drastisch runter. Ich bleib jetzt erstmal mal der und fertig. Muss ich gleich nochmal in den Rural gucken. Mach das. Ich bin bereit. Du bist ja bereit. Ich bin ja bitte bereit. Achso, man kann sogar Fähigkeiten noch mitnehmen. Oha. Oha, dann wären wir ja besser. Ich hab ja gar keine Fähigkeiten. Zusatzfähigstände, Zusatzmunition. Fähigkeiten gleich null, da kann man nix kaufen bei mir. Oha, oha. Oha, Fallen entschärfen. Oha. Ja, wir ziehen die Länge, künstlich in der Länge, so wird dieser Teil zum Speed-Teil erklärt. Ja, ja, ja. Spiel starten. Spiel starten. Ja. Ja. So, wir könnten jetzt hier die Aufnahme beenden und eine neue starten. Richtig. Im Bladebild. Jetzt ist es komisch an der DX12, ich hab euch mal was umgestellt. Wer weiß, was du schon wieder machst. Masturbieren. Achso. Finde ich voll geil, wenn das so gezeichnet kommt, ey. Die haben sie gut gemacht, ey. Ja, und das haben sie ja auch. Böse Mafia. Oha, Stück Kuchen, ey. Hä? Der Typ hat einen Teller mit ein Stück Kuchen draufgegeben. Äh, äh, das riecht. Ja. Hm. Ich weiß schon dieses Jahr, was ich für ein Knusperhaus mache. Knusper, Knusper, Knase. Ja. Mit ganz viel Barkon. Mit Barkon? Ja, Bacon. Ja, ja. Ja. Wovon die Kuh packen, ey. Boah, was ist das Spiel hier so laut? Alter, nehm ich überhaupt auf? Der läuft so flüssig, ey. Ach, ja, ist da nur ein Gebäude hier. Ja. Wir sind ja noch nicht... Ach, das ist ja die Map. Ach, du Scheiße. Das verkacken wir doch. Wie, wieso haben wir keine... Ach so, wir können die jetzt wahrscheinlich gleich nur anlabern, ne? Genau. Ihr kannst jetzt auch noch Munition einsammeln. Ja, wo denn? Ist nix hier. Und dann kannst du hier mit irgendwelchen komischen Typen reden. Oh, ein 10er-10er-Monten-Ausker. 1913. Nö. Ja. Nein. Doch, der hat das Kuchenstück erhalten. Das ist direkt friendly. Aber wenn er den Kuchen wegfrisst? Dann not mehr. Not mehr? Ja, ja. Guck mal, der kann auch nur noch einen Knopf zumachen mit deiner Applaus. Der kann ruhig mal Williakuchen essen und mir mehr gehen. Ja, das stimmt. Aber du siehst auch nicht gerade dünn aus. Ich ja? Bin ich ja auch nicht. Natürlich. Du bist der Linke. Achso, du meinst. Im Ingame. Ja, wow. Geoutet. Gott. Ja, 110 Kilo bei 1,84 Meter ist schon leicht zu viel. Über das Ziel hinaus sagen, was immer vorsichtig geht. Genau. Aber gibt Schlimmere. Schlimmer werden 112. Richtig. Also nächste Woche. Die Flasche sieht aber nicht gut aus der Grafische. Ja, haben sie gut geflaschelt. Geflaschelt ist gut, ey. Was bringt denn da jetzt? Ja, da kannst du noch eine Waffel aufheben und... Was soll ich denn mit einer Waffel? Na, Waffeln. Kann man hier am Plattenspieler dudeln? Nee, kann man nicht. Warum nicht? Ja, ich verspür schon wieder. Ja, hier, Gelüste wegen... Ja, ich sag's lieber nicht, ey. Alter, geh mal weg. Ach, hier, olle Sperma-Fäße. Zombie-Army, ey. Wo denn, Mann? Ja, hier. Ich will mich mit ins Bild stellen. Ich will auch mal mit drauf sein. Warum kein Kinn? Ach, da ist er. Ja, wow. Nur der Dicke ist wieder mit drauf. Auf diesem Weg werden uns die Panzerabwehrwaffen dezimieren. Sind sie sich sicher? Die Do... Lol. Was? War das bei dir auch? Wir werden ein Text kurz weg, ey. Die Quapro im Hüfte. Besser, sie schalten sie aus, Karl. Wen? Die Mikrowelle? Schalte sie aus. Karl. Aber jetzt müssen wir noch mit einem labern, ey. Was ist denn hier für eine Lutschpuppe wieder? Das ist Luid. Ah, der Schafschütze. Sie wollen unser Freund werden. Nee, der schützige Schafe. Der Kriegsort für sehr zimmer Bündnisse. Hehehe. Spacko. Oh, ich verspür schon wieder einen Gähner jetzt gleich schon, ja. Ein Gähner? Warum? Immer wenn diese Katzins zu lang werden, muss ich gähnen. Da sollen wir sie überspringen. Nein. Kann ich noch später nochmal beim Schneiden und mal selbst nachlesen, die Story. Achso. Ja, ab hier haben wir doch, glaube ich, gar nicht mehr gespielt gehabt, glaube ich. Nee, so weit sind wir nicht gekommen. Das letzte Mal war, glaube ich, die letzte. Boah, die Berge sind ja immer geil. Coole Aussicht da. Ja. Spacken, ey. Jetzt muss ich noch mal kurz die Gegend hier angucken. Nicht so leise, äh, leicht. Leise wird sie mit sichern. Ja, not. Ja, wieso? Ich dachte, wir spielen hier stealthy. Ja, wieso? Komm doch mal hier hoch und jetzt raus hier. Ach nee, wir müssen ja hier starten. Stimmt ja. Ich wollte unten an der Tür. Ja, du los. Ey, ich kann da nichts machen. Ja, warum nicht? Weiß ich nicht, weil ich ja eine Frau bin. Weil du nicht hüpfen kannst oder was. Alter, selbst die Dachziegel sehen Premium aus. Ja, in dem Dreck und so. Grafisch ist das Spiel halt geil. Lass mal wirklich jetzt versuchen, das Niki zu machen. Ich weiß jetzt schon, dass wir in 10 Minuten noch nicht mal... Wie markiere ich die denn? Ach, da markieren. Äh. Ja, wenn der Sneaky machen will, dann machen wir hier Sneaky. Ja, aber kannst du mal versuchen, man... ne? Ja, wir können es ja mal versuchen, du dämisch. Das Dute ist, dass ich ein Schall gedämpftes Gewehr habe. Das ist schon mal praktisch. Wieso Gewehr? Ja, weil mein Schall gedämpftes... ... ein Schall gedämpftes. Ja, bleib mal still. Ich will mal gucken, ne? Tatsächlich. Warum meinst nicht? Ja, weil ich ihn's ausgewählt habe, mit Schalldämpfer. Ja, dann musst du mir das gleich mal zeigen. Das ist bestimmt das Halbautomatische wahrscheinlich. Nein. Wieso habe ich keine Pistole? Doch, habe ich. Ist da wenigstens etwas. So, äh... Ja, Captain Stealth, dann... ... aber sag mal, wo lang? Da runter. Jetzt weißt du schon mal, wo es lang geht, ey. Ich bin wieder zu blöd, mich fallen zu lassen. Lass uns... Oh, oh, da steht einer. Mach den mal weg da. Mach du den mal weg da, den Typen vor uns? Vor? Direkt da, wo ich hingucke. Mach den mal weg und ich ziehe den da weg. Alter. Ich gehe den jetzt weg mal. Wegholen da. Ja, wegmachen. Mach mal den. Räum dir mal weg. Bleib du mal da oben. Wir gehen gleich links rum. Ja, ja, ich bin ja hier oben. Pass aber auf, dass du nicht hier sehen wirst. Ja, ja. Weil da ist auch einer so... Ich hab dann schon den Blick, my friend. Ja, okay, okay. Wohin jetzt mit dem Dude? Ja, dann packen doch hier irgendwo... Ja, da, wo ich hergehe, da gehen wir ja lang. Packen doch da in den Busch. Dann schmeißen wir sie in den Busch rein. Richtig. Vielleicht kapieren die das ja nicht. Siehst du da hinten den Typen vor mir? Ja, nee. Also der, der weiter weg ist, da gehen wir links rum. Ja, können wir. Wo bist du eigentlich? Oh, da. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich dachte, du wärst eh vorher, weil du da so... Weil du da so hinkst, ey. Ja, ist ja gut. Du musst mal weiter spotten hier. Ja, weil ich hab nur die Pistole. Wie, du hast nur ne Pistole? Ja, ich hab auch meine anderen Sachen, aber nicht schallgedämpft. Achso. Ja, die da rechts kann man uns nicht sehen. Also willst du da rumgehen, oder willst du... Ja, da, wo ich grad drauf zulaufe, da, wo ein LKW und so ist. Okay. Ich weiß eh nicht, wo wir hin müssen, ne? Ja, weil wir müssen hier, äh, neben uns ist... Müssen wir auch noch irgendwelche Dokumente finden. Ja, das müssen wir erstmal die Gegner wegmachen, ey. Ja, ne, ne, das ist richtig. Mal mitten auf dem Platz sehen und so, ne? Was? Ich bin wirklich zerschrocken, ey. Konfitüre, Baghetto, Pizza. Ja, wir müssen noch mal ein bisschen aufpassen. Na ja, ich... Überlass den. Ich hol den, den Typen, dann wieder da weg. Wieso kann ich den nicht anvisieren? Jetzt, da. Wirklich, irgendwie keinen? Der vor uns direkt. Ja, ja. Lass ihn mit Pistole draufschießen, zu zweit. Da. Wir haben noch mal Glück gehabt, ey. Ich hab noch mal mit draufgeschossen. Ne, 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 Erik. Wir werden... Ja, chillig, chillig. Aber hat der... Der rett uns vorbei, gerade. Ja, ja, der kommt dann von der Seite. Wieso alle alarmiert, ey? Ja, ja, jetzt... Ja, ja, jetzt hat der... So viel mal wieder zum Thema. Ja, er hätte aber klappen können. Ich wusste nicht, dass der direkt alle da alarmiert, ey. Ja. Deckung aufgeflogen, das sagt er jetzt. Boah, echt? Echt jetzt, ey? Wieder gestreckt und getötet, ey. Das ist Team-A-Wall. Aber es sind zum Glück noch nicht alle alarmiert. Nur die drei Viertel der Karte. Hm. Naja, je mehr schon tot sind, desto weniger müssen wir nachher töten. Richtig. Wollte ich nur testen, ob du das genauso verstehst wie ich, ey. Wo ist denn der? Ach, die sind da hinten in Deckung. Da kann man leider nicht durchschießen, ne? Ja, hast auch vier Komma, ne, welcher? Ja, da kommen auch einige. Keine Muni mehr. Oh, danke. Bitte. Aber da muss noch irgendwo einer sein. Ja, ja, hier sind noch ein, hier. Kräpf-Haber-Seine ist hier rüber nicht. Mit dem Gewehr musst du sehr, sehr tief schießen, ne? Äh, Ziel. War ich mal so festgestellt. Hm. Hier von hinten kommt Ena. Au. Ja, ich mach den weg, ey. Ich kann gerade nicht, weil die Kräne Muni dafür ab. Alter. Da muss hier irgendwo doch noch einer sein. Die sind bestimmt noch ein, hier. Wie wär's denn mit Gewehrmunition? Gewehrmunition brauchst du nur drüber laufen, nimmt halt die schon automatisch auf. Hm. Ja. Meistens. So, hier müssen wir noch irgendwas, äh. Äh, machen. Ach, hier oben müssen wir, glaube ich, noch rein. Ist die Leiter hochgegangen, oder? Die, äh, die, äh, die Leiter? Ne, ich bin hier. Ich bin hier. So, hier sind wir durch. Könnten wir eigentlich, aber trotzdem mal kurz irgendwo. Ihr habt's hier eine Munition. Vielleicht unten? Da, ich find das so geil, diese Stadt hier, so farbenfrohe. Hm. So, na gut, ähm, ja. Können wir eigentlich weiter tun? Ja. Tun wir mal weiter. Krasse Stadt. Übrigens kriegen wir schon wieder, äh, Besuch. Oh, ihr kommt da hinten, kommt der zu einen hier, Trik? Ja, ich bin nur auf dem Dach geblieben. Nachladen, geh nicht so weit vorne, Dietrich, hier wie ein Sneapers. Na, ja. Kopfschuss, Alter. Ich hab den anderen Kopfschuss gegeben, weil Synchron die daneben, der nebeneinander war. Ja, ja, ich hab's gesehen, simultanen Kopfschuss. Das war gut, ey. Zack, durch den Kopf, ey. Nein, die darf ich den Arsch retten, ey. Ja, das nicht. Könnte man noch Snap, aber man nie braucht. Schau, schau schon mal, irgendwie K98 hat sie jetzt noch gut für die, ey, keine Muni. Scheiße, von rechts kommen sie. Alter, hab ich mich erschrocken jetzt. Boah, aber genau auf das Stehen drauf, ey. Hedgeholt. So dezent. Alles klar. Na bitte. Gecleart, würde ich sagen. Das, äh, das ist definitiv dann richtig. So, dann könnten wir ja jetzt... Äh, vorauskommen noch welche. Ich nehm mal dezent, äh, Deckung hinter Holzfässer. Äh, von hinten hochkrieg. Ja, du... Oh, ich komm mal hier weg, ey. Haaah. War klar, dass ich den nicht kriege jetzt. Alles gut? Ja, ja. Ach, da bist du. Hm, Munition knapp, ey. Ich hab nur noch fünf Schuss. Also dann auch erst schießen, wenn man sicher ist, eigentlich, ey. Ja. Sollte man als Snap eigentlich mal tun. Gut. Richtig. Auch wenn ich das gerade auch nicht so wirklich mache. Alter. Also mich verfolgt hier gleich Ena. Hör mal, wo bist du denn, ey? Bist schon wieder weitergerannt. Ne, ich bin nur hier drüben, weil hier nur Ena so rumkraucht. So ein Krepelbock. Ach, da drüben, ja. Hier kommen noch zwei, zwei, drei. Ah, zwei Schuss, dann hätte ich mir sparen sollen. Ich deppen, ey. Hm. Ja, sind vier, vier, fünf Leute hier noch. Okay. Aber der KI kann man manchmal gar nicht so steuern. Also man schießt ja voraus quasi, du weißt, was ich meine. Weil die manchmal plötzlich wechseln die Richtung einfach wegkühlig, ohne Grund, so zickzack nach rechts oder nach links, ey. Ja, gut, ist aber doch in der Realität, sag ich mal jetzt, wahrscheinlich auch nicht anders. Man ist es aber nicht gewohnt in Spielen, ey. Äh, also du plünderst bei der Wehrmunition doch nicht automatisch alles. Ja, das habe ich ja früher gesagt, das ist nicht immer alles. Ein Teil und das war dann. Ich brauche aber auch Munition, ey. Ich bin nämlich leer. Okay. Abschiedsbrief, Erumschaft, freigeschuldet. Da kommt wieder Besuch, Krieg? Ja. Einen Schuss habe ich neu. Hm. Komm hinter deinem Baum da weg, da jetzt so Pille, Mann. Bäh. Ach, der kommt wieder weg. Da bräuchte man ein Gewehr gar nicht drauf schießen. Ich renne mal hier hin zum Haus. Ja, lass mal da rin. Au. Du pass auf mit dem Truck jetzt. Ich werde hier übelst angeknackt und ich sehe ihn nicht, weil der mir beschockt. Ja, hier kann man ins Haus reinrennen. Äh, reinspringen. Oh, hier ist anscheinend jemand im Haus drin. Aber ich habe schon mal das Ziel geholt hier. Ja, das ist cool. Oh, shit. Jetzt warten sie alle vor der Tür hier. Oh, Mann. Ja, dann kommt hoch. Er schießt sich alle einzeln. Warte mal, warte mal, warte mal. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Äh, du siehst ja, wie ich stehe. Genau vor mir, oben an der Terrasse. Ähm, auf, 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 auf. Shit, 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 shit. Äh, ich muss mich mal kurz verpissen. Ja, ja, die kommen ja nicht. Ich kann mich ja verteidigen. Ich kann, wenn die hochkommen. Was habe ich da? Habe ich Granaten dabei? Oh, sehr schön. Nein, daneben geschmissen. Huh. Das ist schlecht. Oh, scheiße. Bist du down? Ja, ja, ich bin down. Aber kein Stress, kein Stress. Geh links rum am Haus entlang. Hm, entschuldige, ja. Geh durchs Fenster dann. Bist du im Haus drin? Direkt durchs Fenster, dann kannst du die Treppen hoch. Hier drin ist keiner. Ich habe den Eingang ein da eben Blick. Die können nur von da reinkommen. Hättest du dich vielleicht hinter mich stellen sollen. Ja, kam aber nicht an dir vorbei. Ach so. Und ich will jetzt auch nicht ewig rumeiern. Ich habe auch keinen Bock, dass wir das jetzt verkacken. Oh, Vorsicht. Oh, shit. Äh, was sollen wir mit den Lastern machen? Sollen wir die aufhalten? Ich weiß es nicht. Ja, die sind auf jeden Fall rot. Aber die kommen anscheinend mehrmals da durch. Wegen der Route, die wieder angezeigt. Okay, ja. Könnte eventuell sein. Hoffen wir es noch. War der hier drinne? Ne, drinne ist keiner. Aber vor der Tür rumgammeln. Das sind die richtigen. Stopp, fast ein paar Meter neben mir. Ich versuch dich gerade zu laufen. Ja, aber pass auf. Da oben ist so ein, ähm, 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 äh, BTF. Eine MG-Stellung. Ja. Ja. Ne, warte mal, warte mal, warte mal. Ne, ich kann eh keinen von hier treffen. Wir können aber hier lang gehen. Ne, ne, komm mal, komm mal, versuch mal hier rüber. Vielleicht eventuell. Zu mir. Weil dann können wir hier oben lang gehen und können das MG aushebeln. Ja, können wir von hier aus nur. Also ich meine jetzt, man kann da hier, ist ja eine Mauer zwischen. Ja. Ja. Oder du machst jetzt so kurz, bleibst da und ich versuch das mal hier. Ja, ja. Nur halt. Vorsichtig. Ja, ja, ist schon so geplant. Was soll denn dein 20 Meter noch sein, ey? Dieses Dreieck, was dich da dreht. Äh, weiß ich nicht. Ich geh da nochmal hin. Ach so, da wurde man zuletzt gesehen. Eilige Scheiße, ich hab mir ja schon. WTF? Nice. Da fährt so eine spektakuläre. Dafür, dass er nur die Kugel in Wands gekriegt hat. Ich fand auch trotzdem gut, ey. Jo. So, ich mach den ganzen kleinen Vieh hier die ganze Zeit weg erstmal. Na, das ist sehr gut. Alter. Ich spreng mal da hinten den LKW. Vielleicht nimmt der ja noch wen mit. Selbst wenn nicht, allein schon nur wegen den Knall pengen ist schon geil. Granatenkrieg hat eine Kettenreaktion, cool. Obwohl ich keinen geworfen hab. Der Rundscherfledernacken. Hehehe. Aber ich glaube... Alter. Boah, was hat der denn gegessen, ey? Weiß ich nicht. Wiss ich nicht. War wohl so aus wie Schnapsel. Sie liegt ihm auf jeden Fall schwer am Magen jetzt. Richtig. Also irgendwie hab ich's hier heute mit den Quickscopes. Ja. Sag doch froh. Einfach nur anlegen und... Ach, da hinten ist so Kettenfahrzeug. Ah, shit. Ja, wir sollten nicht zu weit auseinander gehen. Ne, 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 will ich ja auch gar nicht, Schnecke. Will ich ja auch gar nicht. Ich meine ja nur. Ach, mich kommt eh nachher von hinten. So ne Sau. Macht man sowas? Oder ist er? Ja, warte. Ja. Ja, wie viele Kugeln schluckst du denn noch, mein Freund? Das ist ein Vielschlucker. Ja. So, und ich sollte jetzt theoretisch hier runter können. Und hier sollte das im G-Nest leer sein. Oh, Panzerfaust. Hm, könnte man mitnehmen. So, wegen dem Kettengefährt. Naja. Aber gut umrannt, einer von der Richtung, von der Richtung. So, Rick, jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Ja, das sind wir schon die ganze Zeit. Willst du mich verarschen, oder was? Junge. Sag's doch nur, Junge. Oh, was kommt denn da? Oh, der Panzer. Äh. Habe ich ne Telamina? Ja, zwei Stück. Komm, leg ich mal hin. WTF? Der lebt noch. WTF? Äh, der ist... Pass auf, Dietrich, ne? Ich hab auch mal Panzer-Mining angelegt. Ganz schön küssig. Kann er noch fahren. Da ist die Bremsehner ausgestiegen. Ja, ich seh den, ich seh den nicht. Ich seh den nicht. Lass den mal fahren, weil ich hab doch Panzer-Mining gelegt. Okay. Ich weiß nicht, ob der noch fährt, der Spacken. Wo ist der Typ jetzt hin, ey? Da muss ja der Busch sein. Äh, Hinner ist gegenüber. Gegenüber. Ja, ich seh den halt noch nicht ganz. Der ist da in den Dingens reingegangen. Sei vorsichtig. Ach, jetzt ist er raus. Nicht, dass der an dem geht oder so. Weg ist er. Ja, das ist doch super. Der fährt, der fährt. Hau ab, nur dass er dich nicht sieht. Damit er durch die Panzer-Minen fährt. Ja, das... Die können Munition sparen. Dietrich, komm, oder? Ja. Der Eck-Club so weit... Wo hast du denn die Minen? Hier vorne? Direkt hier vorne. Ne, da fährt der nicht hin. Doch, doch. Ne, so weit fährt der glaube ich nicht. Ah, vertrau mir. Diesmal, ja. Er will da her. Er weiß, da kommt ein neuer... Nazi-Burger-Town-McDonalds. Ach, der ist schon wieder weg, ey. Ja, ich sag du, der fährt da nicht hin. Wenn, dann muss die Minen hier vorne irgendwo... Ja, kann ich die wieder aufheben? Nicht, dass ich jetzt hochgehe. Ich kann die nur entschärfen, mehr nicht? Boah, scheiße, hier ist so ein Fußvolk. Ich entschärfe die, mal gucken, ob das seht. Ach gut, man kann die wieder aufsammeln. Wo soll ich die denn hinlegen? An der Kurve oder heute? Alter. Ja, tut mir leid, ich muss das einfach tun. Echt jetzt? Ja. Vielleicht steigt er neu einer rein, ich leg die trotzdem dahin. Au! Sehr schön, Rie. Ja, er schießt, er schießt. Komm runter, da, Rie. Ja. WTF von oben, komm runter. Ja. Ja. Riech, das Ernst? Ja. Ja. Geh mir nicht auf den Sack. Kann ich jetzt wieder hochgehen? Ja, noch ist er nicht tot, der da tot sein sollte. Oder, so, jetzt kannst du. Ja, endlich. So, jetzt muss ich mal kicken, ob ich doch irgendwie an dem Panzer... Du musst ihn getötet, du Deppen, ich hab extra die Tellermine entschärft. Ja, ich musste einfach, ich konnte nicht. Ja, aber jetzt haben wir ein Problem, jetzt sind wir trotzdem mal dran und jetzt sterben wir wieder drei immer. Ja, mal gucken. Ich schleiche mich jetzt seitlich ran. Zack. Erstmal entkiefert. So, das war der Schütze. Ja. Also, der Panzer ist... Geschichte. Ja. Easy. Äh, ist er nicht? Ja. Renn das zum Thema, du Lapphändel. Da ist ja noch ein MG, ist da ein Extraschütze drin? Okay. Ja, Joysticks wurden erst ein paar Jahrzehnte später erfunden, ne? Also, Joystick-Steuerung beim Panzer. Ja. Übrigens kommt gleich wieder irgendein Spacken von hinten. Ja. Also, Vorsicht, ja. Mann, ich weiß, das ist echt schwer, die Gegner zu sehen, ne? Hm. No, das war direkt vor mir, ey. Ja, und du stehst wieder auf, oder was? Fasten. Ja, ja. So, also, ich würde jetzt sagen, jetzt ist der Panzer endgültig hin. Ja, ich bin mir da auch nicht so sicher, ey. Es tut mir ja leid. Ja, ja. Aber ich konnte schon das nicht so sein. Guck mal, wie viel Munition du verballert hast, ey. Bestimmt acht Schuss. Hm. Was muss ich jetzt kaputt machen aus Frust? Ja, ja. Aus Frust? Weil du mit mir spielen musst. Nee, weil du den erschossen hast. Den Fahrer. Was sieht mich denn da, ey? Jetzt sind plötzlich alle wie alarmiert, ey, ja klar, als ob, weiße. Nein, sind doch gar nicht. Doch, der, doch, die Chem ist, ach, die Chem sage ich schon. So, dann müssten wir... ...auf ihn schießt, du? Da war noch ein Gegner. Was war? Ich hab Videobeweis. Äh, wir könnten jetzt erst einmal dann hier links hin. Da ist der Panzer. Der hätte durch meine Tellerminen fahren sollen. Ja, ich müsste die jetzt aufsammeln. Hab ich ja nicht doch, die hab ich aufgesammelt, die Tellerminen wieder. Das nennt man TT Recycling. Ich dachte, das ist sehr gut. Irgendjemand hat uns so schöner gesehen. Wie konnten die denn wissen, dass wir da sind? Ja, sie wissen's einfach. Sieht uns einer von hinten? Ja, tatsächlich, hinten ist noch einer. What? Ja. Ich hole mal Ferngas raus, damit Dietrich den machen kann. Oh, zwei sogar. Ja, wenn wir jetzt hier ballern, dann haben wir eh wieder die volle Aufmerksamkeit. Ja, okay, da ist der einen, da war noch einer. Oh, war das jetzt der, der nicht gesehen hatte? Da war wohl, glaub ich, der. Möglich. Hast du was gesagt, mit dem reiß sich zusammen? Nee, ne? Nein, aber das Problem ist jetzt, wissen die auch, dass wir kommen hier? Ja, das wussten die vorher aber auch schon. Dietrich. Ja. Na da. Wie er da drüben, da hinten, echt nur mit ein Stück drüber kommt, der zack. Ohne weg, Junge, er ist nix mit. Oh, der war schön. Nö, ging. Hinter uns. Okay. Down. Das geht heute mit mir. Wird Zeit, dass Dietrich seine Maus kriegt, ey. Ja, echt mal. Echt mal. Ich weiß, wo ich morgen um 10 bin, ey. Du weißt ja Bescheid, ey. Ja, machen die nicht hier auf. Gucken wir mal. Ja, ich auf jeden Fall. Okay. Und krieg mir eine Stunde den Gang auf und ab, ey. Ja, wie gesagt. Wisst ihr Bescheid. Ja, ja. Drei Schüsse hat er jetzt kassiert, ey. Hm, okay. Also ein von die, zwei von mir. Ne, von mir, meiner hat nicht getroffen. Ach so. War wieder zu schlecht. Ja, aber das ist ja... Standard. Genau. Ich weiß. Also jetzt sind wir auf jeden Fall aufmerksam da drinne. Na. Die müssten wir jetzt erst mal wegholen. Easy peasy. Lemon squeezy. Nice. Oh, was kommt denn da? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich tue. Oh, echt jetzt? Okay, den hab ich nicht gesehen. Aber er war schön. Mehr Fallen. Ja, mir auch. Alter, das steht schon episch aus dem Gebäude. Mit der Treppe da oben hoch, wie bei Röhrer. Nun kommt doch mal raus da, ihr clean. Pernasse. Oh, da ist ja Ena. Wollen wir ja durch den Keller gehen? Könnten wir eigentlich... Ja, ich versuch dir grad, bleib du mal da, die da aufzuschrecken, damit die da hier sich mal zeigen, den Kopf. Ich schmeiß da mal ne Nate rein. Wo bist du? Ach, da unten. Ja, bleib du da, damit du die da auf der Treppe da oben abschießen kannst. Hm, okay. Gucken wir mal. Okay, die Jene. Nicht das gemacht, was ich dachte. Aber vielleicht kommen sie jetzt ein Stück vor. Wieso konnte ich den nicht? Eigentlich können wir auch mit einem G-Bide hoch und die einen Kuzack machen, ne? Naja, das würde ich nicht machen, weil da sind garantiert noch ein paar mehr. Wo ist denn der Spasti? Lass uns mal eventuell einfach, ähm... Ja, halt du die mal im Auge. Äh, ja, okay. Okay, jetzt kommt sie, glaub ich, glaub ich, jetzt auch, Achtung, ich renn wieder runter. Näh, näh. Ja, warte, 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 warte. Ist gar ein Ende mit Schanzing hier. Wieso wegkriegen, ne? Wie die Lemminge. Da, ich geh da jetzt mit einem G-Hoch, Alter, und mach die weg. Alter! Was hat denn da auf mich geschossen, als das eine Hobbizze, oder warte? Äh, das ist jetzt uncool. Ja, warte. Oh. Jetzt ist die Luki oben, Freu. Komm, jetzt welche, also einer. Alter, geh vor an mir vorbei, ey. Aus diesem Film-Trailer, ey. Ja. Mit dem Film-Kart. Jetzt können wir kurz Munition holen, ne? Ich bin dafür, wir gehen jetzt mal hier in den Keller. Ja, machen wir gleich. Ich hole nur ganz kurz, äh, Munition. Äh, dann hol dir kurz Munition und die Koffe, du überlebst das. Ja, als Knob muss da, Dietrich, mich mal aufhält. Und ich hab ja noch 45 gut bei dir. Genau, Alter, genau. Ja. Vor allem. Ja, so oft wie ich dich schon gerefft hab, Junge. Junge. Allein schon auch, dass wir Battlefield zuzählen, da kommen wir unter einer Million nicht mehr raus, ey. Ich Battlefield. Ja, Battlefield, Battlefield, Junge. Ref-Master, ohne mich hättest du nicht so lange gelifet, ey. Ja, das stimmt. Tut aber jetzt hier nix zur Sache. Doch. Och, boah. Ja, was soll man denn jetzt hier, ey? Hier müssen wir ja irgendwas, äh, tun. Achso. Fahrräder, Luftwärme, Reifen aufpumpeln. Ja, genau. Boah, sie haben stöhnen, die alte, macht mir ja schon fast an, ey. Na, du nur wieder. Ach, detta. So, und dann könnten wir doch, müssen wir hier wieder irgendwo hoch? Ja. War das hier? Oder war das nicht? Ich steck im Berg fest, ey. Ach, hier. Ich steck im Berg fest. Lol. Ist jetzt nicht dein Ernst. Na, jetzt geht's wieder. Alter. Kriegt man hier gleich wieder Panik. Hat schon was von Tomb Raider hier, ey. Ja. Finde ich gut, ey. Ja. Ja, schön, ich spring erst mal hart daneben, ey. Pff, wieso springen? Ja, weil ich gesprungen hab, Mann. Ich muss künstlich die Folge noch in Auszug haben. Wir sind erst bei, bei, bei 41 Minuten. Ah, ja, dann schaffen wir ja nur den Rekord. Weil ein bisschen was gibt's hier noch zu tun. Ja. Vielleicht müssen wir die dann wirklich splitten. Ach, Quark. Du bist aber hier schon raus, ne? Hier hoch, ne? Wo, ja, hier. Und dann da. Ah, jetzt haben wir's. Ja, es kommt mir vor wie Zombie Army. Da ging halt auch, da war das aber ein U-Bahn-Tunnel, glaube ich. Da kam die auch, weil er hat auch hier so, ey. Äh. Ja, Dietrich, äh, jetzt an der Welt, äh, Dietrich will mir kein Zombie Army spielen, also kommt da kein neuer Content mehr. Es wird kommen. Oh, jetzt steck ich an den Fässern fest, Mann, Junge. Alter, das war jetzt nicht dein Ernst. Dietrich. Du verarschst mich doch. Dietrich. Was machst du denn für Müll? Ja, also gibt's kein Zombie Army Content mehr, also kann ich meinen YouTube-Kanal löschen. Genau. Ist da nix. Ist klar, Rie, ist klar. Noch was? Ja, bestimmt. Den können wir nicht durch. Nicht? Nee, können wir nicht. Oh Gott, eine Leiche. Ja. Das war falsch. Oh, ich stecke in dir. Ja, richtig, Fischmacken ist eröffnet, ey. Ja, so wie ich hier geschwitzt hab bis jetzt, ey. Bist du dann, glaub ich, direkt hoch, wahrscheinlich. Nee, 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 komm, lass mal hier links. Ja, jetzt kommt wieder sein Cheater, wissen, anstatt der mich das herausfinden lässt, ey. Ja, pff, dann mach wieder mal. Aber ich glaub, das ist doch mal wirklich, nee, es ist einfach nur gleich wie bei Zombie Army. Also es kommt mir hart bekannt vor. Hm, ja, möglich. Rennen auch nicht immer so. Ja, soll er ja auch nicht. Aber langsam laufen kann er ja nicht, wie es scheint. Ja, nur wir sollen ja nicht hoch, deshalb gehen wir hoch zu einer zuen Türen. Ja. Pssst! Suche vorüber, ja, wow. Ja. Boah, wir sind aber auch grad wirklich leise. Ja. Finde ich goldfellig. Stealthig. Stealth. Kann ja schon mal einen Achsel schmeißen und so einen Achseln hören, ey. Ja. So leise, oder? Ja, sind die Griechen. Ja. Ja, immer wenn ich ein Stück renne, machst du pssst. Weißt du, aber du rennst die ganze Zeit, ey. Ich renne doch ja auch nicht. Das seh ich ja ganz Stealth und dann gleich den Tresor sprengen. Lol. Jetzt hätte ich ihn beinahe schon gesprengt. Ich dachte, ich kann ihn so schon aufmachen. Soll ich sprengen? Warte mal. Oh, warte, 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 warte. Wir hier tun wir erstmal eine Mine hinlegen. So. Eine Pistolenmunition, wow. Dafür so einen riesen Koffer. Nee, ich stoff verbinden. Ich wollte da was. Ich leg jetzt mal Stolperdraht hier. Ach, dann machst du auch schon. Ja, mach mal. Nee, kann ich nicht. Mach du mal. Weil da wären wir definitiv gleich, äh, äh, beliebt. Warte, hab ich noch irgendwas? Ich hab Teller am Ende. Warte. Ja, immerhin damit. Kann ich über die Eingestolper-Limine drüberlaufen? Sterbe ich dann? Weiß ich gar nicht mehr. Kannst du? Okay. Die freundliche Stolperfalle ist deine. Ja, hätte das sein können, dass du das trotzdem auslöst. Nee, nee. Weil in der Realität fragt sie dich auch nicht, ja, Freund oder Feinde. So, meinen wir? Ja, warte, dann mach ich den Timer jetzt gleich an. Ich spinne den Timer-Fall. Ach so, ja, dann mach so und wenn du springst, kann ich ja schon mal versuchen, E-N-Zwee wegzubomben. Ja. So, die Zündung läuft, ey. Äh, Zündung ist gezündet. Okay. Erstmal acht Meter Schnu dran gegangen, ne? Kundschaftet aus, als ob man jetzt nicht wüsste, wo das herkame. Jetzt renne ich mir ja soweit vor. Äh, ich bin doch vorsichtig, weil hier wird doch irgendein Sniper gerade aufmerksam. Ja, wenn du hier drin bist, kann der nicht auf dich schießen. Wie der kann. Er kann's nicht lassen, weißt du? Jetzt wissen sie doch, wo wir sind, ey. Ja, lass sie doch kommen, wir sind doch hier drin. Ena kommt hier das Treppenhaus hoch. Ja, lass sie hochkommen. Die können ja nur von links und rechts kommen, oder? Ja, von hier auch. Nee, nee, nur von links und rechts. Okay, der erste hat das Stolperdraht gefunden. Ja, sag ich dir. Ist doch alles... Alles im grünen Bereich. Ja, weil du hier so einen Stress machst, Junge. Ja, mach doch gar keinen Stress. Wie so ein Mädchen, mimimi. Willst du mich jetzt verarschen? Willst du mich jetzt verarschen? Au! Siehst du, du bist gerade schon wieder tot. Nein. Wo ist denn dieser Kack-Schnieper? Hm, wir stellen uns hier gerade wieder mal recht bescheiden an. Warum bescheiden? Ich mach die ganze Kack-Schnieper, ich weiß nur, bis jemand kommt, ey. Weil du sagtest voll die Action, ich bin grad voll enttäuscht, ey. Hier ist ja gar nichts. Naja, dann müssen wir mal richtig loslegen. Doch, das haben wir aber zusammengespielt hier. Ja? Ja, ja. Nein, jetzt hab ich mal ne Waffe weggelegt, oder wat? Egal, nehm ich die. Neu, jetzt haben beide daneben geschossen, ey. Ach, du hast da ihn? Okay. Schöner Schuss, ey. So, jetzt sind wir nochmal hier. Jetzt müssen wir mal langsam ein bisschen aufräumen. Ja, chill mal, you laser. Ja, siehst du, kommt davon. Ach, da oben, jetzt weiß ich, wo der Sniper sitzt. Hier ist doch wieder einer am Hof. Da hat jemand die Tellermine mitgenommen, ey. Okay. Hier unten ist einer. So. Ähm, mal verbinden. Und dann könnten wir uns jetzt mal um den Kack-Sniper da oben kümmern. Welchen Sniper denn? Ach, da oben. Den da. Ist der tot? Ja. Da wollen wir nicht spektakulär. Hätt's auch besser schießen können, ne? Ja, tut mir ja leid. Oh, jetzt hatte ich kurzzeitig ein Leck gehabt, ey. Wo müssen wir eigentlich hin? Äh, ich glaube, irgendwo, warte mal. Weil hier passiert ja nix. Ne, weil wir scheiße sind. Ne, warum? Ist doch gut, wir haben es hier unerfüllt, wir haben das Dokument. Ja, ja. Ich glaube, hier könnte man noch irgendwas drinnen machen. Lalalala. Vorsicht, 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 Stolperdraht. Krass, da hätte ich jetzt nicht drauf geachtet. Ja, deshalb sagt er, er muss auf Pfeilen achten. Das hab ich nie mitgekriegt. Achso, hat er bei dir ja nie gesagt, vielleicht doch. So, ich weiß ja nicht, ob er denn nur... Ist aber schlau, als Sniper sich dahinter, aber direkt dahinter, sich die Bienen hinzulegen, ist ein bisschen dämlich. Kann man das Glockenspiel hier Glocken spielen lassen? Irgendwas konnte man hier so ja machen, aber ich frag mich nicht. Ach, scheiße. Jetzt weiß ich, was ich getauscht hatte, ey. Mit einer Schalterpistole. Bist du wieder unten? Ja, ja. Ach, siehst du, hier müssen wir noch hin. Alter, die habt ihr noch so viele zu tun, wir haben ja noch nicht mal die Hälfte gemacht. Ja. Ne, dann lasst du... Äh, da oben ist Una, was? Oh, fuck. Ja, wollen wir jetzt alles mitmachen, oder sagen wir, äh... Ja, man kann es ja für sich jeder selbst entscheiden, ob man komplett rendert oder einen Cut macht. Also ich meine jetzt, man kann den Cut ja eben beim Schneiden machen. Na, oder wir machen jetzt mal, äh, äh, einen Cut und sagen, oder wie, oder was. Weil ich glaube, das dauert ja noch. Na, dann lass uns hier mal kurz die Aufnahme beenden und sagen, ja, hallo und herzlich zum Zuschauen und so. Ja, so ähnlich. So, tschüss. Ja, bis zur zweiten Folge dieser Folge. Dann, ne, tschüss. Ja, der Cut da schon, tschüss, ja. Ach so, okay. So, und Neuaufnahme. Willkommen bei, äh, der Snap Elite 4. Wir spielen... Scheiße, wie heißt jetzt nochmal die Mission, ne? Er ist der zweite Tag von dem zweiten Teil. Also du wisst ja... Scheiße, wie heißt jetzt nochmal die Mission? Genau, so ist es. Ja. Hier müssen wir doch noch was machen. Also wir kommen zurück, ne? Danke wieder fürs Einschalten, Dudes. Der Typ, der deine Mine ausgelöst hatte, der hatte auch was, was wir hätten auf jedem sein. Okay. Also war da quasi ein Briefträger, den ich ermordet hab? Ja. So. Ich weiß echt nicht mehr, die Missionen haben. Steht das hier nicht drin, ne? Kampagnen, ach Kloster, Abrunzer sind wir genau, oder? Ja, Abrunzen. Abrunzen. Kostet nur eine Unze. Nehm ich gerne. Ja. Aber 10 wären besser. Ja. So, wie geht's? Ja, schön, da hätt' man auch kurz Pause machen können, weißt du, da hätt' ich auch kurz den Kurs aufs Klo gehen können. Ja, schön gemacht, ey. Achtet ganz nach der Folge. Machen wir jetzt nochmal eine Karte, eine Special Karte jetzt hier. Da hätt' ich noch einen Doppel-Cut. Cut, cut. Double-Cut. So, jetzt könnten wir... Springen! ...rüber. Dann da runter. Ja, ich verkack's natürlich wieder. Dann da runter und da runter. Da hast du dich gefallen lassen, oder was? Ja, ja. Und dann sind da unten nämlich noch tödliche Gegner, ne? Ich muss dich mal kurz medizinieren, ne? Doch, die Mission haben wir auch zusammengespielt, ne? Aber das haben wir definitiv scheinbar nicht mehr aufgenommen, oder weiß ich nicht. Boah, das war die Multiplayer-Karte, die Burke. Hm. Auf jeden Fall kenne ich die schon. Also, nicht ins Detail jetzt gerade, aber... Erstmal ne Granate rüber. Äh, und keinen getötet. Ganz toll. Oh, wow. Lustig wär' gewesen, wenn er den zurückgeworfen hätte. Ich geh mal lürken vorsichtig. Ja, Dietrich speck da rein. Ja, ich lürke hier hoch. Ja, mit dem Gestrüpp ist ja alle ganz schön getarnt hier. Oh! 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 So. Warum nirgst du da Granate? Warum nirgst du da Granate? Weitgute, vollgute. Ich hab keine geschmissen. Loih. Dann komm die Granate her. Dann komm die Granate her. Ich hab keine Grenades mehr. Ist hier n Ding. Ja, ehrlich, da war ich wirklich nicht. Okay. Wieso kann ich hier nix machen? Achso. Loih. Schöööööön. Der hätt doch umkippen Auge reichte. So. Kipp mal um den. Ich dachte, hier schießt jemand das Geknister von dem Feuer. Wie geil war dat denn? Hm. So. Dann können wir jetzt hier lang gehen. Und auf in den fröhlichen Tod. Ist krass, ey. Ich bin schneller als du. Dann geh die Suit, ey. Schränk dich, glaub ich, ein bisschen ein. Ne. Das ist einfach, weil ich zu fett bin. Ja, auch das. Ich wollt nur höflich klingen. Achso. Kannst du dir schenken. Ach, fick dich doch. So, wollen wir mal kurz hier mit dem Fernglas. Zwecks Markierung und so. Die ganze Zeit brauchen wir ihn auch wieder nicht. Weißt du, jetzt willst du markieren, oder was? Ja, ich markiere halt gerne. Ne, weil hier sind auch einige. Ich seh keinen. Wenn wir so nicht schon vorhin alle rausgelockt haben. Ich seh da keinen. Ich geh da jetzt rüber. Ich bin die Rambo-Woman. Alter, du rennst ja jetzt echt einfach. ra, wow. Hier ist doch keiner. Hier kommen wir doch wieder, ach da ist grad, wo wir keine Relationen da durch den Schlitz da durch können. Ja, genau. hier ist keiner nein nein ist auch nicht komm junge da ist china gucken auf der karte ja karte 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 sparte ist egal ich hab keine schulden verpistole ist scheiß ja gar nicht schon mal schlecht alles klar warum steht alles klar und jetzt das scheint munition so nicht schießen die triche wir sind mitten im dinge trainiert alter dein herz herrnste kommen raus nein kommen wir es richten kommen die trich kommen auch bleibt doch hier kommen hinten lang die kommen nicht rein die kommen aber die nazis gehen nicht durch gülle klein die nein die gucken immer noch nicht doof aber so und suchen nein die stehen doch nur es kommt keiner hier durch gülle die renns gerne raus und ich kann die mission machen ha Position halten! Krabumse. Ja. Vorsicht, Dietrich. Ja, ja. Ich hab die Tür da im Blick. Aber wer sieht mich denn jetzt hier gerade? Irgendwas da oben, ey. Au! Der hat mir getan. Hm. Ecke, der Deko. Erstmal entspringen. Au! So, nur noch zwei. Wo ist denn der? Ach da! Na ja, easy, sag doch. Ja, du hast dich feige verschanzt, Junge. Ich war ganz hinten in der Köttelbecke. Ja, du. Bin ja auch nicht so ein Skiller wie du. Richtig, sehe ich genauso. Was müssen wir hier machen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sollten gar nicht hier hin. Ach, töte alle Soldaten um die Burg. Ach so. Also, äh, ja. Müssen da noch welche sein. Oh, oder auch nicht. Anscheinend nicht. So, was haben wir denn jetzt noch? Jetzt haben wir eigentlich nur noch... Ach, du hast ja gerade abartige Lechse. What the lobe? Ach, da ist noch... Da ist noch ein Artalerie- WTF, wer schießt denn da? Ich nicht. Ach du Scheiße, ihr habt ja noch eine Menge, äh... Ich weiß gar nicht, wo du bist, ey. Draußen. Ich bin noch in den Zudensabbeln. I come to you, Dietrich. Ja. Das ging ins Auge. Ach, da ist ja noch ein Schnapper. Na, ich schieße halt wieder neben, ey. Na, nicht nur du. So, jetzt können wir ja doch direkt... Das klingt wie, als würde ich von oben noch immer schießen, ey. Ja, ja. Auf der Burg. Wo kommt denn das her? Das ist wahrscheinlich ein Fehler, ey. Ach, da unten rennt ja auch noch was. Ach, hier unten. Ja, hier ist auf jeden Fall noch ein bisschen was los. Ja. Wo ist denn der da drüben? Ach, da! Oh, Vorsicht, Riek. Oh shit, ich fail, Noob. Ach, unter mir. Naja. Oh, kannst du mal stillhalten? Danke. Ach, jetzt haben wir hier noch Unterstützung. Oh, da ist ja ein Kettenfahrzeug. Gut, dass ich ja noch mal eine Mina habe. So, den Fahrer haben wir schon. Deine Ernste. Ja, war nicht erwähnenswerte. Ne. Tötliche Auspuffkelle. Also auspuffen kann er nicht mehr. Richtig. Wir müssen doch nur noch eine Artillerie kaputt machen. Da hinten. Ja. Wo kommen die denn hier alle noch her? Von hier an, wo ich hin gucke. Ja, ja, ich sehe nur nichts. Jetzt gehe ich ein bisschen tiefer, weil die Bäume also... baumig sind. Ist ja eine baumige Sache. Ja. Da wo ist der? Will er mich verarschen? Wo ist denn diese dumm Geschütz? Au! Von links. Von links? Laut Trefferanzeige. Ach, da ist er doch. Ja. So. Dann können wir doch wieder hier hoch, ne? Die 130 Meter zu Waffen zerstören, da drüben da. Ja, lass... Warte mal, lass doch einfach hier lang. Achso, ja. Müssen wir auch sogar scheißig dumm Schmett sein. Irgendjemand sieht man mich, sieht mich ja auch noch. Hier unten ist doch noch... ...Wer? So. Laut Karte ist da noch noch einer, ey. Ja, ja, an der Flak selber sind sie. Ja, wir gucken gerade in zwei verschiedene Richtungen, glaube ich. Ja, die Maps sind aber auch riesig, ey. Hm. So. Jetzt haben wir es doch. Bringen wir hier mal ne Ladung an? Nein, ne Ladung anbringen und nicht verbinden, du Nase. Hilfe. So. Dann können wir ja zergehen. Ja, so ganz locker, nö? Über Kaugelmund stecken. Handy rausholen, bisschen googeln. Als ob nie das gewesen wäre. Missionen zerledigt. Mal Lieferando reingucken, was bestellen wir uns dann gleich mal so auch irgendwas feuriges. Frisch gegrilltet. Genau. Äh, warte mal, wo müssen wir denn... Ach da, okay. Entschuldigung, ich wollte nicht auf dich treten. Als ob wir hier ja noch nicht waren heute. Ja, jetzt dürfen wir ja hier los. Ja. Tada! Ei, ei, ei. Erstmal schnell wieder in Glee-Suit ausgezogen. Ey, für die 15 Minuten hätten wir doch mal keinen Cut machen brauchen, ne? Ja, doch. Ja, wow. Da können wir aber auch dranhängen, ey. Die 15 Minuten. Ja, doch. Wow. Detoration. Wieso bin ich genauigkeits-tiefer? Ich hab mich so angestrengt, ey. Obwohl, das war das Doppelte geschossen, ne? Ja. Ja, ich hab dir aber oft noch den Arsch gerettet, ey. Teamarbeit. Ja. Ist das? Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ey. Tschüss. 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 Vielen Dank.